Was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute spielen wir wieder Random Duel Und wie gesagt, bevor das Video startet, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir bitte ein Like da Und wir fangen an Oh, wir haben auch schön, wir haben den gleichen Skill Und ich verwirklich mich grad so ein bisschen die ganze Zeit, weil ich gerade irgendwie halt nicht so Ich bin gerade nicht aufgewählt, ich komme erst gerade von der Schule und hier Und der erste Dirk nach dem heute, oh shit, ich bin dumm, ich bin dumm Oh nein Oh die shit, nein, 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 das war dumm von mir gespielt Okay, shit, 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 shit Ich soll ein bisschen aufpassen Komm, 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 komm Komm Oh no, holy shit, holy shit, holy shit Ja, ich bin wieder viel wieder Schön, schön, schön Ja, genau Oh man Das war Oh no, zwei Minuspokale Aber egal Grüße gehen raus an Molo Doi Okay, alles klar Das war's mal wieder komplett Und Und Verlassen Und Oh, wir haben hier nicht vorbekommen Dokument Nita Und Coco Schön Und Okay 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 Leute, wenn ihr mir gerne einen Anfang schicken wollt Und Ich halte hier Hashtag Mats Und Genau, ich will mich jetzt noch ein Und damit ihr es kurz wisst Ich mache jeden Tag Videos Also Abonniert diesen Kanal Und Ja Und Dann verpasst ihr nichts Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Glocke aktivieren Okay Oh man Da haben Schüsse Bogen vorbei Und Schön Und Gucken wir gerade, ob die Aufnahme noch läuft Oh shit, da sind schon die ersten Gitter Und Bam Wir haben schon mal ein paar schöne Hitschecke Boom Ja, Baby Oh no Holy shit, holy shit No, 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 ich muss nachladen Ich muss nachladen Das war so ein komisches Gefühl No, 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 no No Das kann nicht sein What Oh No Aber egal, Leute Egal, egal In 5 4 3 2 1 Und los geht's 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 12 15 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 das war so dumm oh 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 ach egal nein oh man ich hasse den Modus hier kriegt man auch Trophäen man kriegt zwei Trophäen ab dann spielen wir nochmal mit dem Leon mit dem Leon, der Leon spielt nochmal mit und ok kann ich schießen? wow wir haben eine neue Sache gelernt man kann nicht schießen wenn man den Ball hat man kann nur den Ball passen während man schießt oder? war das gerade Back oder so? ich weiß nicht, Leute schreibt mir mal kurz das in die Kommentare wenn ihr mir gerade gesehen habt ok der Ball ist rei der Ball ist rei boom oh 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 ich habe es auch extra weit gebraucht der müsste den nicht kriegen schön 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 der andere Bank oh sack okay weiter no 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 holy shit holy shit what the fuck oh ja Leon Witzige hinaus Bruder Time for trouble wirklich mal ein Tor gemacht im süßen Modus Bruder oh cool hier kriegt man eindeutig schon richtig viele Pokale habe ich gerade bemerkt jetzt spielen wir noch eine Runde Random Duos und dann hören wir auf mit dieser Folge ich weiß nicht ob man das so ausspricht Random Duos den haben wir den haben wir den Tami ich weiß nicht ob man das so ausspricht ähm okay Tami da ist schon das Das Hörst so ok 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 meinら ist auch schon ein paar Käste und da ist schon das Nächste, Boom, Film beginnt Bruder, auf kompletter und ihrem Basis, und jetzt kommt, oh Bruder, möchte ich verstehen, kommt auf ihrem Basis, auf ihrem Basis, komplett, Boom, Shoutdown, Oh, Holy Shit, What the, No, wir sind gerade nicht so dumm gestorben, aber egal, sieben Vokale, schön, egal, egal, Leute, okay, okay, Leute, und ich wollte noch kurz was sagen, also wenn ihr mich abonniert, oh, wir haben zwei Kisten, komm, bevor ich das Video beende, öffne ich diese Kisten, oh, schön, hier haben wir auch Nita, und einmal die Spezialkiste, was bekommen wir, oh, oh, Puss, oh mein Gott, oh no, Holy Shit, und wir haben einen neuen Skin bekommen, yo, okay, Leute, und ich wollte noch kurz sagen, bei 1000 Abonnenten zeige ich mich in einem extra Video, also, wenn ihr mich gerne sehen wollt, abonniert mich, und dann könnt ihr mich sehen, und bis, und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, und Tschau!